Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der Traumschleife Stausee Tafeltor unterwegs. Diese Wanderung hat etwa zehn Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Runde so ist, dann kommt mit! Moin, heute haben wir die Runde. Richtig schönes Wetter. Guten Morgen. Ich bin ein Wetter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach etwa 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns gut gefallen, vor allem wegen den schmalen Pfaden und der schönen Aussicht am höchstgelegenen Ort des Saarlandes, und zwar entscheiden. Wenn euch dieses Video auch gefallen hat, würden wir uns über Kommentare sowie über einen Daumen hoch sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Kann ich? Stopp, wo ich mir nicht gucke. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der Traumschleife Stausee Tafeltour unterwegs. Diese Wanderung hat etwa 10 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die... ...